Das ist Heidmühlen. Ja. In der Werkstatt. Brauchungsstücke kann man kaufen. Heidmühlen. Aber da hat es sich verkauft. Was haben Sie da denn noch? Metallbau. So Leute, seid fleißig. Die Höhen kann noch anräumen, dass wir jetzt... Wir fahren hier links. Hier ist noch tiefer das Gasthof. Hoffentlich hat sich das nicht mal ausgepiept. Die Leute wollen da lieber Pizza und Döner essen. Da ist so eine Kirche, die kleine. Pizza esse ich auch gern. Allerdings Döner auch, aber ohne die Satsiki-Sauce. Weil das ja so einen Skandal da mal gab, hat es ja reingewixt in die Satsiki-Sauce. Typisch war das. Und von daher... Also nur Döner ohne Satsiki-Sauce bitte. Und dann schmeckt das auch. Klasse. Was kommt hier denn alles? Heidmühlen. Zimmermeister, linke Seite. Da kann man sogar Dachziegel kaufen bei ihm. Das ist gut zu antieren. Heidmühlen. Darage. Das ist besser drauf. Und tschüss.